Der Zufall entstattet mein nächstes Häkelprojekt und das Thema wird sein... Fee, Farbe grün. Ich habe an das Outfit von Layla von Wings Club gedacht und ich lasse mich von ihrem Outfit inspirieren. Ich habe kein grünes Garn zu Hause, deswegen musste ich erstmal welches kaufen. Und ich häkel natürlich wieder komplett ohne Anleitung. Ich habe erstmal eine Skizze gemacht und dann all meine Umfänge abgemessen. Ich wollte so ein Flechtmuster ausprobieren und es hat einfach Ewigkeiten gedauert, das zu häkeln. Aber naja, ich hoffe es hat sich gelohnt, denn ich saß anderthalb Tage dran. Ich musste schon so oft dieses Oberteil wieder aufmachen und ich hatte echt keine Lust mehr. Ich war echt kurz davor im Überlegen, ob ich damit abbreche. Ich saß ganze fünf Tage dran und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, geduldig zu sein. Anstatt dass mich dieses Top an Layla erinnert, erinnert mich das eher an Elfen, die unter Wasser leben. Was sagt ihr dazu?